Ja, sag was denkst du, was das hier ist? Meine Neuen ist kein Accessoire. Vater Staat ist auf meinem Dick, deine Bitch ist in Gefahr. Ich kenn fünf namentlich, doch hundert nirgends mit nem Maka. Ah, lass die Hunde aus dem Gitter dieses Jahr. M-H-L-I-K-B-I-N-F-I-S-I-B-I-N-I-S-T-A-C-O-T. Niemand kriegt mich raus. Kurzes Fell, tätowierte Haut, Kiefer voller Schaum. Laserpointer zielen auf mein Haupt, die Siedlung voller Rauch. Satelliten kreisen über meinem Haus. Frag nach mir, ich bin ein Go-Hooter. Keine Forder 1-1-Koll wie ein Cartoon. Ich hab keine Pussy-Boys, ey, mein Platon, ja. Oh, ihr seid Bugatti, ey. Mach eine Nicke per Haar zu Origami. Ihr seid Nani, ich hab nichts mit Neuen zu tun. Ich geh raus und mach ein, zwei und ich zu nem Taui und geh heim. Ziel die Summe, fick die Lunge und schlaf ein. Echter Nöger, ich hab keinen Grund für Unwahrheiten außer unter Eid. Fick die Polizei, lass die Hunde frei, deshalb träum ich süß. Träum ich süß, wenn ich auf den Neuen eins schlaf. Socke von mir, Bündel, nehm ich mit in mein Grab, ja. Hab meine Hand an der Whip, die ich fahr. Oh, Savas, Dadan, ey, direkt aus der Gruppe. Oh, ich bin der Letzte, dieser Truppe. Ich bin groß unter Rauch und Benzin gerucht. Der Block ist am Brennen, tote Vögel fallen wieder aus der Luft. Krümm die Hände und mach Wheelies bei der Flug. Frag nach mir, ich bin Usain. Die Kombi in meinen Jays ist unerreicht. 110, trainiert die Cardio bis die Lunge pfeift. Bitch, ich seh, kein Grund zu schweigen, hau außer unter Eid. Fick die Polizei, lass die Hunde frei, deshalb träum ich süß, wenn ich auf den Neuen eins schlaf. Socke von mir, Bündel, nehm ich mit in mein Grab. Hab meine Hand an der Whip, die ich fahr. Geil, Alter, geil, 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 geil. Free Dalero, free mein Bruder Dalero, free mein Bruder Schmidt, ihr wisst Bescheid. Freiheit. Freiheit für alle Brüder. Wow, 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 was geht ab, Bruder, ich hab's übertrieben gefühlt. Wer bist du? Mein Name ist Dominik, CEO aus Schweinfurt. Wie fühlst du dich? Erzähl. Ich fühl mich sehr gut, ich bin gemacht dafür, ich war schon immer ready dafür, auf jeden Fall. Bruder, man sieht's, man sieht's, du bist ein Showman durch und durch, das sieht man dir direkt an, Bruder. Freshes Outfit, freshe Haare, Bruder, was eine Performance. Du siehst schon aus wie ein Star, Alter, du gehst auf die Bühne mit dir. Er ist ein Star, Bruder, ab heute ist er ein Star. Morgens Flash auf die Bühne stellen, Alter, du kannst da zerreißen einfach, Alter. Like I said, I'm made for it, komplett. Gutes Mindset, Bruder. Was machst du beruflich, Bruder, erzähl. Ah, ich hustle drei Schichten, Mann. Ich hab ein Kind bekommen vor sieben Monaten und so. Herzlichen Glück, Bruder. Ich akka drei Schichten. Dankeschön. Ich geh Tag und Nacht arbeiten, steh an einer großen Maschine. Ist eigentlich nicht so mein Ding, aber was muss, das muss, um die Familie zu ernähren. Du weißt Bescheid. Hast du deine Familie dabei? Ja, ich hab meine Freundin und meine Mutter dabei. Stark, Bruder, stark. Halt sie immer ganz nah bei dir, Bruder. Immer Rückhalt, auf jeden Fall. Ein Mann ist für seine Familie da, Bruder, ganz genau so. Natürlich, du weißt, du weißt immer, ich geb alles für dir. Perfekt, Bruder. War mal stolz machen. Ganz genau. Ich weiß auch nicht, warum Dardan sich umgedreht hat, ich versteh's nicht. Wieso weißt du's nicht? Das Problem ist, wenn ihr zusammen auf der Bühne steht, du würdest mies untergehen neben ihm, Alter. Ich sag nur, sorry, Alter. Es spittet ja richtig, Alter. Ich küsse dein Herz. Ich lieb dich doch, aber es spittet wie ein Monster, Alter. Die kleinen Penner sagen, Rappen ist für Deppen, aber Rappen ist nur für Deppen, weil Rapper so wie Deppen rappen. Ey, das bedeutet, wenn die Rapper nicht rappen wie Deppen, wird auch keiner denken, dass Deppen rappen. Was geht ab, Alter? Was geht ab, Alter? Tell me about it, Alter. My man. Ja, bro, du, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, wir sind hier, um euch zu pushen, weißt du, wie ich meine? Hier steht einer, der Hunger hat, auf jeden Fall. Und das gefällt mir, neben dem Talent, was du hast, übertrieben, dass dein Mindset ist, wie es ist. Ich dreh mich nicht umsonst um, Alter. Super krass. Ich hab alles gesagt. Man muss da nicht mehr viel machen, Alter. Du brauchst nur das Studio, die Studiozeit, die Beats. Bietest du ihm noch ein Feature an, oder? Let's go. I'm ready. Natürlich, Alter. Der ist das bitter, na klar. Bro, wenn er mir jetzt ein Feature anbietet, Alter. Wird er nicht. Wird er nicht. Wieso? Mit gutem Rapper mach ich direkt ein Feature. Das ist gar kein Problem, natürlich, Alter. Wenn wir einen geilen Song haben, na klar. Warum denn nicht? Dadi, Brolin. Bro, dann komm, wir gehen morgen ins Studio. Meine größten Hitze mit Newcomer. Ich feier dich übertrieben, Bro. Du erinnerst mich an Künstler aus UK, aus den Staaten, weißt du? Dankeschön. Ich hab auch Familie in den Staaten, weißt du? Deswegen fühl ich das übertrieben, aber du musst am Ende des Tages entscheiden. Okay. Ähm. Ich entscheide mich für da, dann. Jawohl, Alter. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. Was willst du? Mit deinem Feature-Angebot, Alter. Wer will ein Feature mit dir? Bruder. Ich kann mit Performance, Bruder. Ich kann mit Performance sehr, sehr stark, Bruder. Gut. Geil. Hauptsache, du bist glücklich. Mach mal nochmal einen dicken Applaus für meinen Bruder hier. Einen dicken Applaus. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich hab mir das Ding geholt, Alter. Was ist los? Yes, ich freue mich sehr, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich bin gemacht dafür. Ja, Family. Ja, ich mach's geschafft. Aber Dicker, du darfst dich nicht enttäuschen. Guck mal, er hat alles auf eine Karte gesetzt. Bruder, was heißt enttäuschen, Bruder? Du hast von Features geredet und so weiter. Bruder, wenn er das wirklich braucht und wirklich darauf besteht, ich würde es auf jeden Fall machen, Bruder. Ja, machen wir. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn er so weitermacht, wird er hier richtig durch die Decke gehen, Bruder. Ja, ich gehe jetzt ab. Untertitelung des ZDF, 2020